Smart Visibility Smart Visibility offers our customers the opportunity to track their shipments in real-time. The system offers live temperature, humidity, door opening and shock information. In case of an unexpected event during transport, the customer will receive automatic notifications advising what and where the incident happened. The system can be used for all transport modes, i.e. air, sea, road and rail, in order to give full visibility. The Smart Visibility system in combination with parcel life will be a game changer in the real-time tracking market due to the novel reverse logistic. the region has improved the region of return logistics. The system has improved the viable infrastructure and facilities. The City of eerie business had a drop of two routes. The handshake can be made by a drop of a drop of two routes. The , to the left side of the allen travel website is also supported by the parking lots of other routes. Was ist die Lösung für Helmand? Helmand hat seit mehr als 100 Jahren geleistet, um eine große Service zu ihren Kunden zu geben. Und bei Hanhaar, wir fühlen, dass wir eine Solution in Parcel Live entwickelt, die wirklich mit dem Ethos der Helmand in der Produktion einer großen Service zu geben, nicht nur hier in Deutschland, sondern auf einer globalen Ebene, das ist Teil des Parcel Live. Mit Helmand haben wir Kunden, nicht nur hier in Europa, aber überall in der Welt, dass sie den Parcel Live Tracker in die Produktion verwendet werden, die über die Welt über die gesamte Service werden, ist wirklich das Parcel Live. Und das ist das, was es für die Produktion ist. So, nachdem man den Tracker benutzt, sie einfach nehmen es aus, in eine Mailbox, und dann kommt es zurück zu Hanhaar, und wir benutzen es wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! OUT! Bis zum nächsten Mal.